Es ist wieder soweit. Es ist schon fast ein Klassiker geworden, oder? Eine Tradition. Die blöden Fragen an einen Gynäkologen. Ab und zu möchte ich gerne so ein Video einstreuen, weil ich habe so viele das Thema Impfen. Das Thema jetzt neulich, wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß ganz genau. Neulich habe ich über meinen Dienst gesprochen mit 10 Geburten, darunter eins mit einer Trisomie 21, ein Down-Syndrom-Kind. Und das habe ich explizit angesprochen. Und oh, da kam eine Riesenwelle. Also sehr ernste Themen und deswegen möchte ich jetzt mal wieder ein lustiges Thema besprechen. Und diese Rubrik wird immer ein bisschen umbenannt und diesmal ist es die Frage, wie reagiert ein Frauenarzt, wenn ... Das war eure Vorgabe und ihr habt diesen Satz ergänzt. Und ich beantworte diese Fragen jetzt möglichst seriös. Es sind auch ein paar ernste Sachen dabei. Also so lustig wird dieses Video gar nicht. Wir gehen einfach mal in die Folgen. Alles klar, das nehmen wir direkt vorweg. Was ist los mit euch? Was habt ihr mit diesem Thema Pupsen? Wisst ihr, wie oft die Frage kommt, was mache ich, wenn eine Frau bei der Untersuchung pupst? Habt ihr da so Angst vor? Also wie reagiere ich dann? Naja, ich springe nicht weg und sage, ich bleibe da seriös und professionell. Und ich meine, der Frau ist das ja maximal unangenehm. Und für mich ist das natürlich auch nicht toll. Aber was soll ich sagen? Ich sage, kein Problem. Es ist nur Luft oder sowas. So einen Spruch bringe ich dann halt. Oder ist alles normal. Zum Beispiel nach einer Geburt mit der PDA hat man seinen Beckenboden eben nicht so unter Kontrolle, wie man es vielleicht gerne möchte. Allgemein nach einer Geburt ist das alles ein wenig nicht mehr so dem Willen der Frau unterlegen. Also passiert es schon mal, dass da gepupst wird. Und ich sitze dann natürlich zwischen den Beinen, was nicht toll ist. Wie soll ich reagieren? Ich meine, meistens, wenn die Frau locker ist, dann lacht sie sich tot und ich lache mich tot. Und dann ist die Sache gegessen. Wenn es der Frau unangenehm ist, versuche ich ihr das irgendwie zu nehmen. Aber es bleibt natürlich eine unangenehme Situation. Das zum Thema junge Frauen, in denen das passiert, ist meistens nach einer Geburt, so wie gesagt. Wenn das jetzt einer alten Dame passiert, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Oder wenn sie jetzt, kommt auch noch die Frage, ein bisschen dreckig untenrum ist, dann kann ja die alte Dame vielleicht da gar nichts für. Und das ist natürlich auch etwas ein bisschen trauriges, oder? Vielleicht war das mal, ich kenne die ja persönlich nicht, war das mal eine ganz schicke Frau, die bis ins hohe Lebensalter einfach sich sehr gepflegt hat. Und auf einmal kommt sie in ein Alter, wo sie eben den Stuhl nicht mehr gut halten kann oder eben die Luft. Und das ist natürlich etwas fast schon trauriges, weil die möchte das genauso wenig. Die würde sich vielleicht das anders wünschen. Da bringe ich natürlich keinen lockeren, lustigen Spruch, sondern versuche ja auch, das einfach zu erklären und dass das gar kein Problem ist. Das zum Thema Pupsen und Fäkalien bei der gynäkologischen Untersuchung. Nochmal, was ist los mit euch? Wie oft kam diese Frage bitte? Nächste Frage können wir eigentlich direkt im Anschluss bringen. Was mache ich oder wie reagiert ein Frauenarzt, wenn es untenrum umgewaschen ist? Da habe ich, glaube ich, in der vorletzten Folge dieser Klassiker schon mal darüber gesprochen, dass ich, wenn man das selbst kontrollieren kann, als junge Frau, die da untenrum eine Hygiene betreiben kann und nicht irgendwie gehandicapt ist, finde ich das eine Selbstverständlichkeit, dass man zumindest ein wenig gereinigt zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin geht. Finde ich einfach sehr unhöflich, wenn man sich da hinsetzt, das Bein oder die Beine da drauflegt und unten ist alles kotverschmiert oder einfach dreckig oder man merkt einfach, da ist lange nicht geputzt worden. Und das finde ich, wenn man das selbst in der Hand hat, unhöflich. Finde ich auch nicht schön. Also wie ich reagiere, ich reagiere natürlich auch da professionell und mache die Untersuchung und habe, glaube ich, das noch nie angesprochen, weil es auch jetzt nicht so häufig vorkommt. Aber unterm Strich finde ich, das gehört schon dazu. Ich habe das letzte Mal das Beispiel mit dem Zahnarzt besprochen, wo man jetzt nicht unbedingt vorher den Döner mit Zwiebeln isst und möglichst die Zähne vielleicht vorher geputzt haben sollte, bevor man zum Zahnarzt geht. Und so finde ich das da auch. Wenn man es selbst in der Hand hat, wenn das wieder eine alte Dame ist, die dafür nichts kann, ist das wieder eine ganz andere Nummer. Das zum Thema verdreckt sein. Und rumriechen, auch, glaube ich, unter den Top 3 gefragten Fragen, kann ja wirklich eine Erkrankungsursache sein, dass man eine Infektion hat. Also kann man da nichts für. Und dann ist das halt auch, die Gynäkologen arbeiten eben auch ein bisschen mit der Nase. Kann man da schon eine Diagnose quasi stellen mit dem Geruch. Ansonsten, wenn man wieder beim Thema ungewaschen sind, hatten wir eben. Und wenn das jetzt speziell riecht, es gibt auch spezielle Gerüche, da weiß man ganz genau, okay, das ist jetzt so eine sogenannte Aminkolpitis. Das ist immer dann, kennt ihr den blöden Witz, diesen blöden Frauenarztwitz? Es gibt zig Frauenarztwitze, aber dieser Frauenarztwitz beschreibt eine Diagnose. Und zwar kommt da ein Blinder in einen Fischladen und sagt, hey, hallo Mädels. Bescheuerte Witz, oder? Aber das ist die Diagnose Aminkolpitis. Riecht ein bisschen fischig. Ja, das zu dem Thema Geruch. Also ist nicht unwesentlicher Bestandteil der gynäkologischen Untersuchung übrigens. Wie reagiert der Frauenarzt, wenn noch Sexspielzeug in der Vagina ist? Oder ein Tampon? Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass das Tampon als Sexspielzeug missbraucht wurde, weil das jetzt in einem Satz so oder ein Tampon. Ich habe Sexspielzeug in dem Sinne noch nicht. In Anführungsstrichen vielleicht doch. Ich hatte mal eine junge Dame in der Notaufnahme, die da Schmerzen hatte und wo ich tatsächlich Baumrinde und Stücke von einem Ast gefunden habe. Das war eine sehr spezielle Dame, die wahrscheinlich auch spezielle Praktiken praktiziert hat. Und das war so, ja, das krasseste Sexspielzeug, was ich da mal gefunden habe. Tampons, ein Klassiker aus meinen ersten Jahren als Klinikassistenzarzt, weil man da in der Notaufnahme viel war. Und das kommt gar nicht so selten vor, dass da die Frauen einfach oder die Mädchen ihre Tampons vergessen oder sich dachten, es ist eine gute Idee, mit eingeführten Tampon Geschlechtsverkehr zu haben. Und der Mann hat dieses Tampon dann in eine Sphäre befördert, wo sie nicht mehr drankommt. Und das ist natürlich dann unangenehm. Also für sie und für ihn. Und ja, ist nicht ungefährlich. Das Thema hatten wir schon mal bei dem Video Monatshygiene. Sonst Sexspielzeuge, dergleichen nicht gefunden. Eine betrunkene Schwangere in die Klinik kommt. Boah, ey. Hatte ich so. Wir können ja auch mal eine Rubrik draus machen, was ich schon gesehen habe und was nicht. Eine betrunkene Schwangere habe ich noch nie gesehen. Wüsste ich initial auch nicht, wie ich. Ich glaube, ich wäre völlig perplex. Also das ist so abstrakter Gedanke. Nee, hatte ich noch nicht. Hoffentlich gibt es das auch nicht. Hast du schon mal was richtig Ekliges gesehen? Ja, gut, klar. Hat man schon mal was richtig Ekliges gesehen? Brauchen wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Ist auch nicht die Frage gewesen. Was macht ein Gynäkologen, wenn? Oh ja, auch sehr häufig gestellt. Wenn sie plötzlich ihre Periode bekommt, entweder bei der Untersuchung oder schon vorher. Dann war auch die Frage, soll ich jetzt meinen Gyn-Termin absagen, weil ich meine Periode habe. Leute, Periode ist ja Bestandteil des Frauseins und es gibt spezielle Untersuchungen zum Beispiel, wo die Periode nicht sehr förderlich ist, wenn man zum Beispiel den Muttermund einsehen muss oder so. Oder aber auch so Kinderwunschdiagnostiken, wo man dann zum Beispiel eine Gebärmutterspiegelung machen soll. Hilft natürlich nichts, wenn die halbe Gebärmutter voller Blut ist und man überhaupt nichts sieht. Aber ansonsten ist das völlig egal. Ihr müsst euch auch überlegen, so Gynäkologen haben auch immer viele, viele Geburten gesehen, selbst wenn sie irgendwann in der Praxis sind, haben die irgendwo mal gelernt in einem Krankenhaus oder so und haben da massig Geburten gesehen und bei Geburten blutet es. Also auch normal. Und auch der Wochenfluss, der ist ja auch blutig. Also wir sind einfach daran gewöhnt, dass Frauen untenrum auch mal bluten können. Das ist überhaupt nichts Verwerfliches oder Schlimmes oder Ekliges. Punkt. Wie reagiert ein Frauenarzt, wenn der Partner der Frau eifersüchtig reagiert? Ja, hatte ich so. Also ich hatte jetzt noch nie jemanden, Mann, der jetzt, also der mir das verboten hat, ja schon. Das hat dann aber religiöse Hintergründe zum Beispiel gehabt, aber jetzt auch nicht verboten. Muss jetzt nicht unbedingt einen Mann machen. Aber dass jetzt einer wirklich gesagt hat, ich will nicht, dass der Typ meine Frau untenrum nackt zieht, hatte ich so noch nicht. Die meisten Männer, die wissen von sich, dass sie da eifersüchtig sind, bleiben auch der Untersuchung fern. Und ansonsten leben wir in einem Zeitalter der Emanzipation. Wenn die Frau sagt, du, das ist mein Gynäkologe, ich gehe da jetzt hin, fertig aus, bumms. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Hat der Mann da auch wenig zu melden, oder? Habe ich aber so jetzt noch nicht in extremer Form erlebt, die Eifersucht eines Mannes. Ah, ja, die Schwangerschaftsfeststellung, ohne dass sie wusste, dass sie schwanger ist. Gibt's? Hatte ich. Ding. Machen wir so einen Gong draus. Ding. Habe ich schon mal erlebt oder habe ich schon sehr oft erlebt. Gibt es verdrängte Schwangerschaften? Gibt's auch in der extremen Form? Oder auch ein bisschen früher, zum Beispiel 19., 20. Woche. Sieht man jetzt hier nicht unbedingt so einen Riesenbauch. Gibt's auch mitunter, dass man dann, Frau kam, das war gar nicht so lange her, mit Unterbauchschmerzen in die Klinik. Und man macht dann natürlich einen Ultraschall und sieht dann ein relativ großes Kind im Bauch. Und wie habe ich da reagiert? Die waren auch relativ locker drauf. Das kriegt man ja so ein bisschen spitz, wie die so drauf sind. Und ich habe dann den Bildschirm von dem Ultraschallgerät gedreht und habe dann gesagt, ich glaube, ich habe die Diagnose gefunden, warum sie Unterbauchschmerzen haben. Da ist ein Kind in ihnen. Und sie waren natürlich beide ziemlich perplex. Vor allen Dingen, sie hat einen rot, feuerroten Kopf bekommen. Und er hat sehr verdutzt reagiert. Und näher bin ich dann in diese Sozialamnese auch nicht eingestiegen. Ich habe dann die Schwangerschaft festgestellt. Ich habe ausgemessen, habe meine professionelle Arbeit gemacht und habe die beiden dann mit ihrem Dilemma allein gelassen. Denn das Dilemma war, glaube ich, dass sie sich beide ausgerechnet haben könnten, in der und der Woche zurückgerechnet. Das war ihr neuer Freund. War nicht sein Kind oder so. Also ich bin da wirklich diskret und habe gesagt, das können sie dann untereinander klären. Habe ich nicht gesagt. Ich habe sie dann einfach irgendwann allein gelassen. Aber ja, das kommt vor. Ganz krass verdrängte Schwangerschaften, sodass sie wirklich am Termin kommen mit Schmerzen und wissen nicht warum. Gibt es auch. Hat dann natürlich auch eine psychische Komponente, der man dann auch auf den Grund gehen muss und dann natürlich auch entsprechend sozialdienstliche Schritte einleiten muss, um zu gucken, wie ist da der Background und so weiter. Gibt es auch. Da reagiert man fast genauso. Sagt, okay, natürlich, wenn die so ein bisschen nicht so locker sind, sagt man, okay, sie sind schwanger. Sie sind in der und der Woche. Das sind jetzt wahrscheinlich die ersten Wehen. Und ich würde sagen, sie bleiben hier und wir kriegen jetzt erst mal das Kind, sozusagen. So kann man reagieren. Eine schlimme Diagnose stellen. Boah, das zum Thema lustiges Video. Das ist natürlich etwas, was nie schön ist, was man so auch nicht lernen kann im Studium. Das ist etwas, was man menschlich rüberbringen muss, wo man empathisch sein muss und auch die Patientin so ein Stück weit auch lesen muss. Wie ist die drauf? Wie bringe ich sie am besten bei? Da gibt es welche, die wollen das natürlich ganz ausführlich geklärt haben und erklärt haben. Da gibt es welche, die wollen einfach nur kurz hören und dann mit sich selbst ausmachen quasi. Da gibt es keinen Plan A, B, C. Das ist immer ganz individuell. Und da entscheide ich aus dem Bauch aus und versuche da empathisch, ist möglich, mit umzugehen und einfach da eine gute Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da nicht sagt, ja, sie haben das und das und rennt raus, sondern muss ich da einfach die Zeit nehmen. Selbst wenn um einen rum die Welt untergeht, dann gehört sich das nicht, also auf keinen Fall da, die Patientin in dieser Situation irgendwie allein zu lassen. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was man wirklich sich fix vornehmen sollte. Und der Rest muss man halt auf seine Menschlichkeit hören und gucken, wie man damit umgeht. Kein schönes Thema, aber gehört zu unserem Beruf auch dazu. Hatte ich auch sehr häufig die Frage, wie ich reagiere, wenn eine stark übergewichtige Frau zum Beispiel zu mir kommt, zur Untersuchung oder schwanger werden möchte, wie ich da reagiere. Naja, das hat mich total verwundert, dass diese Frage so häufig kam. Es sind ja auch normale Menschen, die einfach ein bisschen zu viel auf den Rippen haben oder auch eklatant zu viel auf den Rippen haben, was die aber ja selber wissen zum Großteil. Es ist ja nicht so, dass da eine mit 130 Kilo kommt und denkt, sie ist Claudia Schiffer. Boah, bin ich so in den 80ern hängen geblieben? Sagen wir mal, ich kenne keine neuen Models. Hat jetzt nicht die Konfektionsgröße, die ein Model zum Beispiel hat. Wissen die ja. Und ich untersuche die natürlich ganz normal. Ich sage denen aber auch ganz offen, zum Beispiel, wenn man Ultraschall vom Kind macht, wenn sie schwanger ist, sind diese Befunde, die man erhebt, sehr eingeschränkt, weil man einfach keinen guten Ultraschall machen kann. Und wenn man da überhaupt nicht in die Richtung kommt, zum Beispiel das kindliche Köpfchen liegt ja meistens unten und wenn da eine Bauchschürze so ein bisschen drüber hängt, weil die Frau zu dick ist, dann lasse ich mir diese Bauchschürze auch hochhalten. Oder die machen es sogar schon von selbst, weil man dann besser drankommt und bessere Daten erheben kann. Also bei dicken Frauen ist es so, dass die wissen, dass sie dick sind. Die wissen um ihre Risiken. Und ich werde da nicht anfangen, grundlegend ihr Lebenskonzept und ihren Lifestyle in Frage zu stellen, weil ich die ja in der Klinik zum Beispiel auch nicht so lange betreue. In der Praxis wäre vielleicht was anderes, wo man sagt, okay, man sieht die über ihr ganzes Leben und kann da so ein bisschen Schritte einleiten, mit der zusammen, um vielleicht das Gewicht zu reduzieren. Aber in der Klinik ist es schwierig. Die weiß das. Die weiß das selber, dass sie zu dick ist und dass sie vielleicht ein bisschen abnehmen müsste. Mehr kann ich da in der Situation nicht tun. Ansonsten ist das eine ganz normale Untersuchung wie bei jeder anderen Frau auch. Auch eine normale Geburt wie bei jeder anderen Frau auch. Und nein, ja, es ist eine Risikogeburt, weil sie zu dick ist. Aber sonst machen wir jetzt nichts anderes. Oh ja, kam auch sehr häufig. Wie reagiert ein Frauenarzt, wenn die Patientin verliebt in einen ist? Kriege ich nicht mit. Kriege ich wirklich nicht mit. Ich bin total schlecht darin mitzubekommen, wenn jemand mit mir zum Beispiel früher flirtet. Die Zeiten sind natürlich auch vorbei. Aber mir mussten Kumpels sagen, die glüht. Weil ich das überhaupt nicht gecheckt habe. Und ich checke das wahrscheinlich auch nicht, wenn eine Patientin jetzt verliebt in mich ist. Und wenn sie es mir jetzt nicht offen sagt, hallo Herr Doktor, ich bin verliebt in Sie, was jetzt noch nicht passiert ist, würde ich es nicht merken. Und das ist auch das Gute. Dann gehe ich nämlich ganz normal und professionell mit denen um. Und so würde ich es, glaube ich, auch machen, wenn die das jetzt äußern würden. Oder, keine Ahnung, dann würde ich, glaube ich, nicht anders mit dieser Frau umgehen, als wenn ich es nicht wüsste. Das ist, glaube ich, normal, oder? Also ich würde jetzt nicht anfangen, mit ihrer Verliebtheit zu mir zu diskutieren. Dann kam auch eine Frage, was ist, wenn die, das hatten wir, glaube ich, im letzten Video schon, wenn die Frau mehr möchte als eine gynäkologische Untersuchung, bin ich immer total baff, dass überhaupt so ein Gedanke auf diesem gynäkologischen Stuhl aufkommen könnte. Auch nur das in Betracht zu ziehen. Habe ich noch nicht erlebt, werde ich, glaube ich, auch nie erleben. Und wenn, dann würde ich ihr wohl sagen, okay, ich glaube, wir haben jetzt andere Vorstellungen von dieser gynäkologischen Untersuchung. Da ist die Umkleidekabine, ziehen sich wieder an. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht weiter hier untersuchen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu strange. Warum sagen die, gut, das ist jetzt nicht die Vervollsteigung meiner Frage, aber trotzdem lustig. Warum sagen wir immer, wir Gynäkologen, rutschen Sie doch ein Stückchen nach vorne? Erstens, lernt man das so im Studium. Der erste Satz eines Gynäkologen bei der Analyse oder bei der Untersuchung ist, rutschen Sie doch ruhig nochmal ein Stück rein. Das hat tatsächlich einen Hintergrund, weil wir ja diese Gerätschaften, die wir dort einführen, müssen wir speziell im Winkel dann auch so ein bisschen nach unten drücken. Und wenn nach unten drücken nicht möglich ist, weil da der Stuhlschein anfängt, manchmal da aneckt, dann können wir nicht untersuchen. Und deswegen muss quasi der Popo am Rand des Stuhles sitzen, damit wir diesen Winkel nach unten haben. Ah, der Winkel. Und auch beim Ultraschall müssen wir manchmal so nach unten ein bisschen gehen, um nach oben gucken zu können. Und wenn ihr halb hinten auf dem Stuhl setzt, dann haben wir unten nur dieses Stuhlpolster. Und dann klappt das nicht. Das ist halt also wirklich ein Hintergrund und ist nicht nur eine Floske. Genauso wie, machen Sie sich mal bitte untenrum frei. Wie würdet ihr denn den Leuten sagen, dass sie sich untenrum frei machen sollen? Also kann ja sagen, ziehen Sie bitte Hose aus und Schlüpper aus. Sage ich zum Beispiel auch manchmal. Aber wie soll man es anders beschreiben? Und für eine gynäkologische Untersuchung ist es halt nötig, dass man untenrum ausgezogen ist. Regen sich mal viele drüber auf. Aber wie soll ich sagen? Und wäre auch ein bisschen komisch, wenn man zum Gynäkologen geht. Und der sagt, nee, machen Sie sich mal untenrum frei oder obenrum frei, sondern sagt, setzen Sie sich einfach mal so angezogen auf den Stuhl. Das wäre ein bisschen komisch, oder? Naja. Wenn ihr von einem absurden, also was sagt ein Frauenarzt, wenn ihr von einem absurden Sexunfall hört? Was war das komischste? Das komischste hatten wir vorhin schon mal. Das war wirklich mit der Baumrinne, fand ich wirklich ein bisschen strange. Schnapsgläser, Allgemeingläser, also auch Sektgläser und so, Gurken, Glühbirnen, gab es aber auch mal den Glühbirnenfall Anal. War auch mal ein Witz bei Scrubs. Falls ihr Scrubs kennt, glaube ich, mit der Glühbirne kommt tatsächlich vor. Aber ansonsten weitere Utensilien nicht aufgefunden bis jetzt. Ja, weiß ja nicht, was ihr so da zu Hause treibt, aber führt euch wirklich handelsübliche Sexspielzeuge ein und nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Lebensmittel oder weiß ich nicht, Naturprodukt anderer Herkunft. Pupsen, 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 Furzen, Pupsen. Unglaublich. Er bei der Geburt beschimpft wird. Ach, das kommt, kam ja selbst von meiner eigenen Geburt meiner Tochter vor, dass meine Frau mich beschimpft hat. Das ist okay. Ja. Wie reagierst du als Frauenarzt, wenn hunderte von Familienmitgliedern zur Untersuchung oder zur Geburt mitkommen? Gibt es tatsächlich. Vor allem im südländischen Raum ist das wohl so Kultur und Homburg, die halbe Familie und Sippschaft mitzubringen. Also bei uns ist die Regel, es kommen nicht mehr als zwei Personen mit in den Kreißsaal und keine Kinder. Das ist ein Intensivbereich. Aber manche ignorieren das Gebot einfach und kommen da teilweise mit zehn, elf Leuten und stehen dann um diese gebärende Frau und reden auf die einen. Also du hast als Hebamme oder als Arzt überhaupt keine Chance mehr, die Geburt zu leiten. Das machen einfach die hunderte von Angehörigen dort und das ein Stimmgewirr und eine Lautstärke in diesem Kreißsaal. Und irgendwie finde ich es immer cool. Also das ist unglaubliche Kultur. Bei uns ist das immer alles ganz diskret und ruhig und muss alles seine Richtigkeit haben. Und bei denen ist das immer wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Handballspiel oder Eishockeyspiel. Und feuert diese Frau an. Also ich finde das teilweise lustig, kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn es natürlich eine kritische Geburt ist, wo man wirklich ein bisschen die Frau auch anleiten muss, dann wird es schwierig. Aber ansonsten gehört es sich eigentlich nicht, dass mehr als zwei Leute in den Kreißsaal kommen. Aber wenn es mal so ist, finde ich es doch immer relativ amüsant. Oh, schöne Frage. Wie reagiert ein Frauenarzt, wenn er zum ersten Mal eine vaginale Untersuchung macht? Hat man da Angst, boah, lasst uns zurückreisen in das Jahre? Keine Ahnung. Das war, glaube ich, mein PJ, also mein praktisches Jahr. Das macht man im Anschluss an das Studium. Und da war ich auch in der Frauenklinik in München, in einer großen Klinik. Und da durfte ich, glaube ich, das erste Mal dann gynäkologisch untersuchen. Und da ist man natürlich schon aufgeregt, ein bisschen. Ja, weil hat man ja noch nicht so oft gemacht. Man möchte ja als Mann auch niemals den Frauen wehtun. Da sind wir ja echt sehr vorsichtig. Und ich glaube, ich habe mich blöd angestellt. Ich habe mich, glaube ich, ziemlich sicher blöd angestellt. Kann mich nicht mehr so gut erinnern, muss ich ehrlich sagen. Geht auch dann relativ schnell, dass man da routiniert drin wird. Aber ich war mit Sicherheit aufgeregt. Ich wusste mit Sicherheit nicht so richtig, was ich jetzt gerade tun soll. Oder ich habe bestimmt überhaupt nichts groß erkannt. Ich meine, klar, da sind ja immer Ärzte um einen rum gewesen, die einen dann auch kontrolliert haben. Aber so als Student hattest du natürlich keinen Plan von nichts und hast dann nur versucht, dich nicht allzu blöd anzustellen, was mir mit Sicherheit nicht gelungen ist. Und die Frau hat mich aber nicht beschimpft. Daran könnte ich mich erinnern. Also es war eigentlich alles okay. Und die ist dann ihrer Wege gegangen und ich dann auch und war wahrscheinlich nass geschwitzt bis zum Bauchnabel. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mit Sicherheit aufregend. Für alle aufregend das erste Mal. See one, do one, teach one heißt es in der Medizin immer. Also du siehst was, du tust etwas und dann kannst du es jemandem beibringen. Das ist so das Credo in der Medizin. Gut, ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Dingen, die ein Frauenarzt so gefragt wird. Ich glaube, ich mache mal eine Rubrik auch, was so ein Instagram- oder Facebook-Gynäkologe gefragt wird. Weil das, ich kriege ja täglich zu Hauffragen. Also ich glaube pro Tag 50 Fragen oder sowas. Auch ganz persönliche Fragen und medizinische Einschätzungen, die ich natürlich so nicht beantworten möchte, kann und will. Aber da sind schon echt skurrile Dinge dabei. Auch Bilder und so. Also das können wir vielleicht auch nochmal machen als nächste Rubrik. Könnt ihr mal eure Fragen diesbezüglich in die Kommentare-Box schreiben oder was euch gefehlt hat. Und in geraumer Zeit kommt bestimmt mal wieder ein solches Video, weil die Videos machen schon auch ein bisschen Spaß neben den ganzen ernsten Themen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.